Yo Veroes, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um das Thema Wie verbessere ich meine Klimmzugleistung? Und ihr kennt es vielleicht, wenn ihr Klimmzüge machen wollt im Studio, ist es vielleicht die zweite oder dritte Übung und ihr kommt einfach nicht weiter von den Klimmzügen her. Ihr schafft vielleicht 9 oder 10, aber es geht nie irgendwie auf 11, 12 oder sogar 13 hoch. Und dafür habe ich heute einen extra Tipp für dich. Und zwar ist es immer so, wenn du in einer Übung viel besser werden willst, dann musst du es einfach jeden Tag machen. Und das heißt, das Erste, was wir machen, ist, dass du jeden Tag, wenn du im Gym bist, also wenn du im Fitnessstudio trainierst, dass du immer nach dem Training einen Satz Klimmzug machst. Nur einen Satz, aber immer nach jedem Training. Auch nach dem Rückentraining immer noch extra einen Satz Klimmzüge. Und dann, wenn du dich jetzt fragst, ja, jeden Tag bin ich ja nicht im Studio, dann habe ich hier die perfekte Lösung für dich. Vielleicht hast du es schon mal gesehen hier oben. Eine Klimmzugstange, genau. Und zwar mache ich das immer so, dass ich einfach, immer wenn ich mal Zeit habe zu Hause, einfach ein paar Klimmzüge mache jeden Tag und mir das hier aufschreibe. Ich zeige das mal einen Moment, kurz. Hier habe ich so einen kleinen Zettel, da schreibe ich einfach immer auf, wo meine Klimmzüge sind, was ich für Klimmzüge gehabt habe. Und ich konnte mich einfach extrem steigern in den Klimmzügen, dadurch, dass ich dann im Gym immer das gemacht habe, immer nach dem Training. Und hier oben auch an dieser Klimmzugstange. Ja, das ist so eine hier, die ist richtig reingeschraubt hier. Die hat, glaube ich, nur 30 Euro gekostet, verlinke ich euch mal. Und die hält bis 300 Kilo aus, also da müsst ihr keine Angst haben, dass sie runterknallt. Es gibt auch noch welche für einen Türrahmen. Die kann man dann hier so einhängen. Aber die sind nur für so dünne Türrahmen und die sind auch nur bis 100 Kilo. Also, ja, ich wiege zwar keine 100 Kilo. Aber ich fühle mich dann bei der doch ein bisschen sicherer. Und ich mache jetzt einfach mal einen Satz Klimmzüge vor. Ihr könnt immer mal ein bisschen wechseln zwischen Breiten und Enggriff. Und, ja. Was auch noch ganz wichtig ist, bevor ihr einen Satz Klimmzug macht, einfach ein bisschen mit den Schultern aufwärmen. Ein bisschen Schultern immer kreisen lassen, Arme kreisen lassen, dass ihr wenigstens die Schultern ein bisschen warm sind. Und, ja, dann kann es auch schon losgehen. Also, ihr habt gesehen, ihr könnt ruhig auch, wenn ihr zum Beispiel den letzten nicht mehr ganz schafft, mal kurz absetzen und dann einfach noch einen hinterherknallen oder kurz den engen Griff nehmen und dann noch ein paar machen. Genau. Und, ähm, was ich noch sagen wollte, das müsst ihr nicht machen, wenn ihr den übelsten Muskelkater im Bizeps oder im Latissimus habt. Dann ist es, glaube ich, keine gute Möglichkeit. Aber sonst, äh, jeden Tag machen einfach. Und, dann werdet ihr sehen, eure Klinzügeleistung wird ziemlich weit steigen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Heroes. Wann kommt da ein Startschuss? Und, ciao.